So, meine Bestellung von Röderfeuerwerk ist eingetroffen. Insgesamt vier Pakete an der Zahl. Bisher haben es definitiv meine größte. Es ist zwar nicht alles, was jetzt hier zu sehen ist, für mich. Ein paar Kleinigkeiten sind nicht für mich, aber der Großteil ist für mich. Und wir fangen jetzt einfach mal an hier mit dem kleinsten Päckchen. Ich bin gespannt, was in diesem kleinen Ding hier enthalten ist. Und dann würde ich sagen, machen wir es einfach mal auf. Okay. Erstmal hier jede Menge Müll. Und enthalten ist hier ein Display. Fireballs von Nika Feuerwerk, welches schon mal gleich nicht für mich ist. Das ist für meinen kleinen Bruder. Der möchte auch ein bisschen Spaß haben an Silvester. Und dann ist der erste Karton auch leider schon leer. War jetzt nicht sonderlich was Tolles für mich dabei. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mit dem zweiten Paket weiter. Weiter geht's mit dem zweiten Paket. Hier ist auch das enthalten, was draufsteht. Und zwar eine VE Sanderkong Max von Leslie. Ist gut zugeklebt. Und was jetzt uns hier entgegenkommt, dürfte, denke ich mal, allen bekannt sein. Ein schöner Käfig. Dem werde ich jetzt mal hier meinen kleinen Cut, werde ich den für euch öffnen. Ich versuche mich nicht zu verletzen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, endlich ist der Käfig weg. Ist echt eine lästige Sache. Muss man echt aufpassen, dass man sich da nicht dran verletzt. Einmal. Zweimal. Und hier sind eben enthalten. 18 Packungen von dem Sanderkong Max. Ja. Damit ist dann auch schon das zweite Paket leer. Und wir kommen zum dritten, etwas länglicheren Paket. Weiter geht's mit dem dritten, länglichen Paket. So. Da kommt erst mal hier Verpackungsmaterial entgegen, Pappe, Plastik, jede Menge Plastik. Das schaut doch schon schön aus. Dann fangen wir hier jetzt einfach mal an. Wir haben hier zweimal Cengang, 32er Kinoknallerkette vom Veko, zweimal. Dann 1001 Silbertaler von Niko Feuerwerk, einmal mit zwei Stück in der Packung. Dann wieder ein kleines Dankeschön von Rudderfeuerwerk für die Bestellung. Dankeschön geht natürlich auch zurück. Ich bestelle immer wieder gern bei Rudderfeuerwerk. Top Service, kommt immer gut an, alles passt. Dann haben wir hier einmal die Creepers von Leslie. Ich habe diese ziemlich viele Artikel einfach mal so zum Testen bestellt. Hätten wir hier einmal die Kick von Leslie. Sechs Stück in der Packung. Jörger Super Color Fountains. Dreimal. Hatt ich auch noch nie. Aber sollen ja echt eine sehr schöne Brenndauer haben. 60 Sekunden. Deswegen auch einfach mal bestellt zum Testen. Dann weiter geht's. Mini-Raketen vom Panda. Zwei Pack. Müsste glaube ich noch irgendwo was liegen. Haben wir hier einmal Assorted Fountain von Leslie. Müsste auch noch irgendwo mehr davon sein. Dann Anzürtlitze. Stimmt jetzt nicht was zu sagen. Gelbe Litze. Einfach 8 Meter. Hier. Weiter geht's. Reibkorbknatter. Von Pyroart. Genau. Zwei. Müsste noch irgendwo eine dritte Packung rumfliegen. Erstmal nur Zweiter. Dann. Reibkorbknatter von Nico. Dreipack. Wird auf jeden Fall ein Dreibervergleich. Folgen. Genauso wie auch ein Pfeifraketenvergleich folgen wird. Dann kann man beim Gewinnspiel mitmachen von Rüther Feuerwerk. Mal schauen ob ich mitmache. Überlege ich mir noch. Dann haben wir hier. Visco 60. 10 Meter. Ganz normale Visco. Hier haben wir die dritte Packung Reibkorbknatter von Pyroart dann. Dann haben wir hier Three Pearls von Tenen von Nico. Dann leider schon ziemlich beschädigt das XP-12 von Pyroart mit schönen Ringraketen. Bin ich mal gespannt wie die sind. Ja dann kommen wir hier jede Menge Pfeifraketen Naughty Screamers. Zwei. Drei Packungen Naughty Screamers von Leslie. Dann haben wir hier nochmal eine Packung Mini-Raketen von Panda. Pfeife. Pfeifraketen. 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 Vom Büroart. Spacetravel-Raketen vom Veko. Wie gesagt, wird ein großer Pfeif-Raketen-Vergleich folgen. Und die Spacer-Hound-Raketen vom Keller. Dann geht es hier weiter. Glanzlichter von, ich meine Pyroart, ja Pyroart. Glanzlichter, zehn Stück von Pyroart. Dann haben wir hier das Sortiment Feenstaub mit Vögeln in unterschiedlichen Größen. Auch zum Testen geholt. Dann haben wir hier die Schocks von Leslie. Die sind eigentlich echt doch recht groß. Also die Verpackung ist jetzt zumindest schon mal recht groß. Hatte ich mir nicht so groß vorgestellt. Mal schauen. Wird es auf jeden Fall auch ein Test von geben. Ja, wie man hier sehen kann. Jede Menge Skyrockets. Kann ich schon mal gleich dazu sagen. Ich habe aus dem Fehler vom letzten Jahr gelernt. Sind nicht alle für mich. Ich habe mir dieses Jahr nur zehn Packungen bestellt. Die weiteren zehn sind für jemand anderen. Also müssten jetzt 20 Packungen kommen. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Sechzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn und zwanzig. Passt perfekt. Ich finde, das sind einfach richtig schöne Raketen. Kann man auch mal einfach am Tag schießen. Haben einen schönen Knall für die Größe. Und auch ein recht schönes Bouquet. Einfach klasse. Dann geht es hier weiter. Haben wir noch ein paar Böller-Sortimente. Wir haben hier das Knallpower vom Keller. Zweimal. Bunte Mischung ist da enthalten. Dann. Als letztes in diesem Paket das Booster von Veko. Relativ weich. Mal schauen. Ja. Dann ist der dritte Karton jetzt auch schon leer. Dann kommen wir jetzt zum letzten Karton, der auch der größte gleichzeitig ist. So. Kommen wir nun zum vierten und somit auch letzten Paket. Ist aber allerdings auch am größten. Wir müssten uns jetzt einige Batterien entgegenkommen. Schauen wir einfach mal. Und, das sehen wir, erstmal keine Batterien, sondern erstmal jede Menge Verpackungsmaterial. Ist auch ziemlich schwer, der Karton. So. Styropor. 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 Und, was haben wir hier? Das ist kein Abfall. Da ist was drin. Da ist auch das drin, was draufsteht. Nämlich vier Vulkane. Gab es im Angebot bei Rüdern. Und zwar zweimal den Lucifer Gold vom Panda. Und dann zweimal noch den Lucifer Silber Rot vom Panda. Schöne Vulkane. weiter geht's. Roter Corsair von Fire Event. Auch wenn ich es jetzt noch nicht gezündet habe, weiß ich schon, dass es eine Top-Neuheit ist dieses Jahr. Für die King Cobra Böller hat dann mein Budget leider nicht gelangt. aber zumindest den roten Corsair habe ich mir gegönnt. Dann haben wir hier die Chaingun Tausender Mini-Knaller-Kette von Veko. Tausend Schuss Mini-Knaller. Ja. Das schaut sehr nach Feuertopf aus. Haben wir hier zweimal den Feuertopf Gold von Panda. Dann eine wirklich mega fette Knallkette. Celebration Cracker XXL. Schauen wir gleich mal. Machen wir mal kurz hier auf. Gleich mal reinschauen. Bin ich auch gespannt, wie groß das Ding jetzt wirklich ist. Ist immer was anderes, als wenn man es auf Filtern sieht. Ja. Auch wenn das Innenleben hier von der Kette nicht befüllt ist, ist das schon wirklich eine gigantische Knallkette und auf jeden Fall auch eine Top-Neuheit hier jetzt für uns in Deutschland. Freue ich mich drauf. Wird auf jeden Fall auch verfilmt. Dann geht's weiter. Haben wir hier nochmal zwei Packungen Assorted Fountain. und noch eine dritte Packung hier. So, sind dann insgesamt vier Stück. So werden die auch komplett. Weiter geht's. Mit einem Cake und zwar den Cake 14-2 von Heron Fireworks. Ein wirklich sehr, sehr, sehr schöner Cake. Freue ich mich drauf. Ich finde jetzt eigentlich sogar das neue Design hier mit der Pappverpackung recht hübsch eigentlich. Überrascht mich. Gefällt mir. Weiter geht's. haben wir hier vom Blackblock Back... Oh Gott. Von Blackbox die Nexus. 15 Schuss. Haben wir hier gleich nochmal. Zweimal die Nexus. Klappe Teil. Entschuldige mich gleich schon mal, wenn ich hier irgendwelche Namen nicht so richtig ausspreche. Au, ich bin nur ein Mensch. Dann haben wir hier nochmal von Blackbox die Job 12. Das ist schon wirklich ein klasse Design. Also da werde ich mir denke ich mal auf jeden Fall die Pappkartons aufheben und ins Regal stellen. Richtig schön anzusehen. Dann geht's hier weiter. Ein Schinken China Cracker von Pyro Partner. Kann das sein? Ja. Ich meine. Ja. Da geht's. Ja. Ein Päckchen Moskitos von Leslie. Eine Top-Neuheit und ich bereue es, dass ich nur ein Päckchen davon habe. Wenn es die nächstes Jahr noch gibt, wird auf jeden Fall mehr davon bestellt. Klasse Teile. Dann haben wir hier eine Packung Chili Spinners von Leslie. Was haben wir hier noch? Hier haben wir ein Display Strobe von Nico. Auch das ist für meinen kleinen Bruder. Ein wirklich fettes Teil. Die Super Show 6 von Jörge. Habe ich jetzt auch dieses Jahr das erste Mal. Ich freue mich drauf. Dann haben wir hier auch eine Neuheit aus 2014. Die Fluffy Willow von Gao. Ich bin gespannt. Auf dem Video hat sie mir sehr gut gefallen. Wenn sie so ist wie auf dem Video, dann ist das wirklich für den Preis eine Top-Batterie. Absolute Kaufempfehlung. Dann haben wir hier einen China-Böller D-Schinken von Diamond. Da die Diamond-Böller ja so gelobt worden, habe ich mir jetzt auch mal einen bestellt in der Hoffnung, dass sie jetzt dieses Jahr auch wieder so gut sind. Ich bin gespannt. Es gibt auf jeden Fall auch einen Test. Dann Jörge, Cassiopeia. Einmal, zweimal und dreimal. Ja, und wie ihr sehen könnt, der Karton ist leer. Schade, schade. Dann würde ich sagen, schaue ich jetzt noch mal nach, ob alles da ist, was ich bestellt habe. Und dann sehen wir uns gleich noch mal in einer kleinen Gesamtübersicht von der Bestellung bei Röder Feuerwerk. Bis gleich, Leute. So, das hier ist jetzt die Gesamtübersicht. Es war nicht leicht, das hier jetzt alles auf einem Bild zu bekommen. Das wird jetzt dann gleich beim Gesamtsortiment noch schwerer. Also wir haben hier, wie gesagt, 20 Packungen Skyrockets. Dann haben wir hier ein bisschen Visco, Stroop, hier Celebration Cracker XXL, diverse Vulkane vom Panda, hier Pfeifferaketen für einen großen Pfeifferaketenvergleich, China Cracker, Roter Cousar, Knallkette, dann hier Batterien, Fluffy Willow, Supershow 6, Dock 12, zweimal die Nexus, dann das ZXP 12, Bombenraketen, ein Schinken Diamond D, Fireballs von Nico, Assorted Fountain, Three Pearls, Creepers, Feenstaub, da haben wir hier noch Glanzlichter, zweimal das Knallpower von Keller, Heron, Cake 14, 2, 18x Standard Kong Max, dreimal Cassiopeia, 1001 Silbertaler, zweimal Feuertopf Gold vom Panda, Super Color Fountains von Jorge, dann das Booster von Veko, hier diverse Reiber, Pyro Adunico, Cake von Leslie, Moskitos von Leslie, Chili Spinner von Leslie, Schocks von Leslie, dann hier zweimal Chang'an, 32 Schuss Knallkette, ja, das war jetzt nochmal hier so ein grober Überblick, über das Gesamtsortiment der Bestellung, genau, dann war es das, mit dem Unboxing Video, der diesjährigen Feuerwerks Online Bestellung, bei Röder Feuerwerk, es wird noch ein Video folgen, und zwar das Gesamtsortiment, genau, haut rein Leute, und zwar am wir dem Mannacke, Antwort, Housing Aufmerksamkeit ata